Wir werden zusammen killen. LAMA! Leon, ich hab'n Lama gefunden! Und damit... Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Funk Minecraft... Ja, Minecraft, äh, Zauber. Heute zaubern wir wieder mit Leon. Hey Mann, ich hab' einen Goldapfel. Meine Rüstung ist fast ganz. Wir brauchen noch... Mike, hast noch Eisen? Eisen? Äh... Also Leute, falls nicht bis zu was Nette von Gäste ist. Sie haben endlich die jetzt gefunden. Wir gibt mit Lama-Lapes. Ich hab' nur noch ein... Mike, gib mir mal Lama-Lapes. Oh! Wir müssen ein Profi raustun, weil, äh, dir ist besser. Wir müssen... Wir müssen... Ich hab' je... Ich hab' nie die. Gib mir mal den Dier. Gib mir mal den Dier. Gib mir den Dier. Gib mir den Diermann. Das Böge. Es bin der Dier. Wir müssen... Es bin der Dier. Es bin der Dier. Es ist der Dier. Mit Verbrennung. er hat was sich denn was sich denn der Zahn der Zerschnitzel und haben so leute ich werde jetzt ein wenig mal unserem die die eigentlich unseren Hühnern 3 das ist falsch die Hälfte Platz Seinemann und sie haben das herrland gefordert die Hälfte ein Mensch wenn es geht es wird es was wird sein ich gehe also es geht es geht und ich habe mich jetzt an Regeln der Jahres nicht schön die Schäden er braucht ich bin mal ich kann doch keine Lama was ist bei mir übernächste Folge ich habe ihn gefunden wo ich gerade aus dem Sturm das war ich nicht nur auf die Beine an das war ich konnte nicht unser Haus endlich mal zu Ende bauen das mache ich immer noch der Baustale im Stall das will ich nicht mehr als erstes der Welt hier muss ich ja das ist ja ich bin da machst du ein Dach was so hoch geht und dann eine Richtung sowas feierlich das war ein er wird nicht sicherlich geht in die Richtung du wachst und nicht noch macht das weiter hinten ist noch irgendwo gesagt ich hab Prozent noch eins ich bin aber schwer mit dem Schwer ich bin aber auch nicht muss mein Hühnchen gehen dass schnell fertig bekommen hat und erhältlich ab 1 von sich schon weiter ich bin ich bin auch so bis zu mir ab und ich habe als sehr ich ich kann mich nicht mehr Sprinten du bist doch hier hingegangen, liebe Stimmung, oder? Oh ja, endlich wieder sprint, man. Mal schauen, ich fühle mich sogar Lahm aus, während du das wegst. Ach, zu nachts? Okay, Leon, dann würde ich sagen, ich gehe nach dem, wie der Tag ist. Oder ich mache eben meinen... Äh, äh, zumal... Guck mal. Oder, Leon, was ich mache? um wir haben sie jetzt schon in der 10.11 Folge wir haben einfach immer noch keine Wolle ich weiß gar nicht, weil ich kann mal eben auf Youtube schauen, warte, manche zusammen das wäre dann Aua das wäre dann die... oh das hat schneller die Zehn vollständig, ne? Leute, Jubiläer, Zehn vollständig, wir werden ein Lava finden genau nicht du lockst dich bitte auf, nicht schlafen mein Kastos Siez was soll ich? Damen Damen nicht ja, zu Weizen, zu Weizen und ich hab noch mal der unten noch bist du fertig? ja, kannst du raufkommen ich gehe auf meine Reise, Leon ich werde jetzt nicht mehr zurück falls ich mich nicht mehr zurückkommen, Leon sagt man richtig aus kommen mein Wasser einmal ist weg ich rufe eben neun hier sind турbes die Nieder es ist doch nicht aber es juckt mich nicht es juckt mich nicht aber es interessiert mich Schade mir egal ist mir egal was haben wir denn oh die Grafikpack wie ein Grafikpack das ist so toll Mauer der Maul dich selbst wir gehen Leuchte haben hier was eingestellt und entweder du brauchst den Haus weiter entweder du holst den Haus weiter oder du holst den Haus weiter was hä ich kann nichts abbauen ach so ich hab 13 Kürbisse Mauer nein auch ich bin nicht zu weit weg und haben die 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 Akkollegen kann an zu akkern mehr an den Wettbewerb auch mit Kraft die Sorge Farmer und aber nicht doch so jetzt ganz schnell Prozent mit 2 weiten toll alle anderen sagt das nicht St ja auch zwei die Stahl in der der nächsten Schicht übernächsten Folge werden wir dann zusammen mal gehen ja wir werden zusammengehen ja weisen ich weiß nicht wie man das mitziehen kann mit Sargleich was alleine ich schätze zu uns ich kann nichts essen als Backholen ja die sind 1 2 3 4 5 und Babylama oh mein Gott Lea wir haben so viel Glück Mike ist aber schon klar dass wir für eine Leine ein Schleim töten müssen man kann keine Leine machen was X ist 4 4 4 das ist mir egal X ist 9 8 und Z ist 5 6 7 3 und ich hab' einen Screening gemacht so ich hab' jetzt ein vollballen ein Heu-Block ich kann dich nicht mitnehmen und was machen wir da du merkst du die Cordy's Green Steel Up habe ich noch gerade geschrieben in den Chat die machen ja das Spiel so die noch mal Save the First Up Anna Lea und wir machen wir den Screening von wem von dem Lama mal komm ich hab' mir auch gerade so oh Lea wir haben ein Screening du weißt was das heißt die Schmerzen ich mach' mir jetzt einen eigenen Villager Mike du kannst du keine Villager zombie hä? wenn nur ein Villager zombie ein Goldabzug gibt ne du machst keine Goldabzug gibt es in den hey ich kann ihm den nicht geben du hast einen gemacht ich kann den Villager zombie das nicht geben Leon ich komme zurück ich kann nix essen Leon irgendwie nein ich krieg den Villager Leute wir haben da was gefunden vielleicht Leon soll ich das Bildschirm für das äh festlegen für das Dings für das T-Shirt für das T-Shirt mach weg ich muss dann erstmal den dann sag mal dann sag mal den Villager so einbauen ich bin wieder da ne was? ich bin wieder da ne ich bin hier unten bei dem Schweinefeld ich komm wieder hoch warte da ist das Haus mir war entgangen dass wir ein Villager zombie hatten hast du einen gemacht? nein wir haben einen Villager zu spielen in der Nacht wo du fast gestorben sind aber ich will die Babys machen ne ich will dem den nein nein ich brenne zwar aber es juckt mich nicht Leon ich brauche nicht brauche ok nicht sterben ja nein ich sterbe ufff leider und Dachzug Dachzug wir haben uns ein Genossen wir haben uns ein Dachgenossen nein wie machen wir jetzt noch einen Villager das ist Fred unser Freund warte ich freue mich auf Wikipedia und guck wie man sich einen Villager macht ja 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 man kann wo die aus reinsehen ich hab ne geile Idee wo sind unsere Glasscheiben ich bin die 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 ich muss mir jetzt ernst ich bin ich muss grad sowas lächerliches machen ich muss mir grad eine Holzachs craften ich hab eine Steinachs aber ok ich muss Holz craften nein mein da tu da wieder das Holz hin und jetzt gehst du da mal weg ok Leon nicht da aufbauen oben weil sie kommt raus das kann rauskommt Leon, oh mein Gott ich hab' die Workfans gesetzt die woanders hin ich hab' eh zwei also wir können das hier jetzt friedlich regeln äh wir haben gesagt bitte ein bisschen lauter ok diese Box denn ich jetzt was hat hier ich hab' die Kirche ich hab' die Kirche ganz laut was hat denn gegen mich hau' auch die Kirche ich glaube zu was hat der Typ gegen mich au man kann weg er hat ich hab' das ist mal ein paar die die es war doch und das war vielleicht die die Hälfte der Zollzäume alle die Zollzäume als die Liga mal ein bisschen in einer Katrin müssen es dadurch töten ich habe das ist jetzt schon zu Ende die Reise in die Stadt macht die ist folgendes wissen sieben Minuten gerade Nein! Leck am Start! Mein PC ist überlastet! Hä? Da ist er doch immer bei dir! Oh! Da ist es toll! Nein! Doch Leon! Oh Scheiße! Das ist der Fall. Warte ich, ich mache ihr mal Schild, dann den nennen wir ihn. Wie wollen wir ihn nennen? Hä, du hast ein Namensschild? Ja. Nein, ich hab Schilder, wie soll wir die nennen? Deine Mutter. Nein, sag schau, wie soll man die nennen? Keine Ahnung warte kurz... Peter Will... schau alles in Peter jetzt sehen wir den aber nicht ja ich mach ich mach warte die Liga das der Peter Ort das ist der Peter, Leon Schadensschild wie geil, der muss ja gar nicht geplant das ist der Peter so so noch mein normaler Dorf, Bewohner doch bewohnen hallo Peter und dann Peter du hast keine Erfahrung wie meine Güte schau mal hier schau mal hier schau mal hier mein Gespräch doch hab ich mal gestrickt da ja nie hallo Peter Peter waaaaaah was kaputt Alter ich hab auch ich hab meinen Scherz wenn ich mein Schwer zu dir angreifen dann bist du noch drei Schläge viele Herz aus ich bin ja nicht ich bin ich bin ich bin ja ich bin ich bin ja ich bin mal fühlen, aber es tut weh und wie viel Schaden? Hä? 2 Herzung Hey ich hab Stärk... ich hab Schärfe drauf aber ok Sollte ich bezahlen, das war für eine Folge Wir lern uns hier drin aus Wir lern uns hier drin aus Also wir machen die auch Squidy Warte komm, Leer und Squidy Mit den Verzauberten Schwer, ok? Warte Da Squid Gibt ne positive Wertung Gibt ein Abo, wenn es sich gefallen hat und nächstes Mal dabei sein wollt Hau rein und Lern! Ich sterbe! Hör auf mal Hau rein Ich glaub mich lieber aus und tschüss